Hallo zusammen, das ist das Internet aus der Dose. So sieht es aus, wenn man mit einem Wurfspier-Panzerabwehr-Waffensystem schiesst. Und das Ding ist ziemlich gefährlich, weil es funktioniert nicht immer so wie es sollte. Und das ist Ski-Ballett, eine olympische Disziplin aus den 80er und 90er Jahren, wo man dafür benotet wurde, wie man auf den Ski tanzt. Wind in Japan Wind in Japan Wilde Hier hast du sicherere Methoden dafür, wie du deinen Creverettegarten pflegen kannst. Et voilà, eine Unterwasserrente. Das ist das Ende des Videos. Ich hoffe, es hat euch wirklich gefallen und dass wir uns bald wieder sehen. Ciao.